Okay, wir fahren los. So, hat er jetzt geschrieben? So, hat er dann? Mh, äh... Okay. Müsste... ...der sein, oder? Ich habe gewartet, genau ab der die Nachricht kam. Ich hab dir geschickt, mich gewundert, dass nix kam. Hä? Also, jetzt hab ich geschrieben, kapierst du das nicht? Ich hatte dir eine geschickt und dann warst du off. Wenn er jetzt noch irgendeinen dummen Satz schreibt, dann raste ich aus. Dann kann er sich was anhören. Ist mir egal, wie alt der ist. Ey, sowas reizt mich schon wieder ein bisschen gerade. Ich glaube, ich muss gleich rausgehen und immer einen suchen, den ich verkloppen kann. Jens, komm mal her. Was? Ich muss einfach kloppen. Ja, aber so durch von Kapisch kann man nicht sein. Ähm, Chris? Ja. Krass, das jetzt beruhigt? Ja. Ähm, wie schnell machen wir den? Wie schnell ist er denn? Äh, aktuell im Moment 30. 15. Okay. 80.000? Ja. Ach komm, mach mal ein bisschen weniger. Ach komm, mach mal ein bisschen weniger. Ja, bei mir kommt jedes Mal ähm, falsches Passwort. Ähm, ja, ist doch ganz normal, weil äh, du bist jetzt nicht, ich bin nicht online. Ach so. Ja. Ja. Ich hab gewohnt hab, warum ich jetzt dann nicht reinkomme. Ach, Chelsea. Ach, Chelsea. Dann... ...den 위로 schmerzen. Koppier? rechts halten die ausfahrt rechts was spielst du dann jetzt wartet doch mal ich will jetzt so was neues rein machen ich bin mal kurz weg hier ist er doch mensch ach das hätte ich ja auch über disco schicken können kopieren so So, gehen wir mal hier rein, Chris braucht den Link, Tim braucht den Link, einfühlen, Ben braucht den Link, einfühlen, Ben braucht den Link, so, Jesse, weißt du da Bescheid mit den Dings, ansonsten komme ich hoch und hilf dir. Ja, ich weiß Bescheid. Immer aufpassen wegen ZIP-Datei, ne? Ja. Hast du schon geschickt? Ja. Ja, musst du mal gucken, machst du jetzt LS19 zu? Ja, oder? Ja. 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 Natürlich, ich konnte es nicht mehr. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Äh, Chris war jetzt weg, was? Warum? Nimm diese Ausfahrt. Äh, Jazzy, Christian? Ja, warte. Immer geradeaus. Links halten und dann links. Abbiegen. Biege nach links ab. Abbiegen. 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 so rüber und jetzt steht hier ja 7 wenn nicht richtig und so weiter halt bis abwarten war da war da war ich komme ja 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 Ich habe diese dritte Linke hier übergezogen, jetzt will sie sich aber nicht mehr aufpassen. Das macht sicher nichts, den Ordner hier und ziehst ihn bloß hier in den Mod rein, um zu gucken, wie es hier ist. Mehr ist es nicht. Seid ihr alle noch da? Okay, aber weil Chris nicht also... Achse. Achse. Hm. Immer geradeaus. Achse. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kommen wir jetzt wieder an Alice 19 rein? Was? Kommen wir jetzt wieder rein? Äh, ja. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Äh, Jessi? Ja? Einen kleinen Moment bitte nochmal. Okay, warte. Dann bin ich nochmal rausgegangen. Ja, aber, äh, ich hab heute vergessen. Hallo. 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 Das ist aber lange shoppen heute. Kauft's den ganzen Klamottenhahn leer für sich? Oh, guck mal auf mein Konto, ob da noch was drauf ist. Ja, welchen haben wir heute? Den sechsten? Würde passen. Alles abgegangen ist bis zum fünften bei mir, was abgehen muss. Hahaha. Es ist wirklich warm draußen, ey. Pff, steckig ein bisschen. Wir haben zum Abo zum Postfach. Ja, Kontoauszug, Kontoauszug. Äh, Kontoauszug. Gleich mal downloaden. Ähm, muss ich erstmal gucken, wo er überhaupt jetzt ist. Da. Ganz groß, Kontoauszug. Gut. Weck ging. Oh, sind noch 270 fast drauf, also hat sie noch nicht fertig geshoppt. Geld ist noch da, sie shoppt noch. Hahaha. 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 So, äh, Link habe ich euch geschickt. Digger aber schon längst installiert. Ja, so juck mal, beruhigt den, Mann. Mal gucken, hat Mike schreibt, noch hat er nicht geantwortet. Kann ich jetzt eigentlich wieder rein? Ja. Na klar. Na, weil ich war. Tretet ein, tretet ein. Auch der Chris war da rein. Tretet ein, tretet ein, der Chris ist da. Nein, ne weg. Ey, ich hab da eben was gelesen. Spielen haben wir irgendwas mit Fatboy, glaub ich. Okay. Äh. Oh, äh. Oh, äh. Ob das hat mein kleiner Tropfen überhaupt? So, äh. Oh, 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 äh. Ja. Es geht. Noch ne. Äh. Gerade im Shop gehen. Nö, da kommt ne Synchro-Party angedallt. Wo bin ich denn jetzt schon wieder hier drinnen? Ach so, ist meine Halle. Okay. Was hat denn der Stinker wieder? Ach, aua. Ich bin in Ordnung. Da ist er, da ist der Flug. Da muss ich mal runtergehen. Ja, mit. Und net. Der ruft nach dir. Nö, jetzt nicht an dem Freund genug. Und welcher ist jetzt meiner? Toll. Hehehe. Oh, ich denke mal der Erste, weil ich hab bald erstens geguckt gehabt. Siehste, damit haut er ab, also es hat seiner. Denk ich mal. Äh. Denk noch nicht, dass du den ankoppeln würdest kriegen. Äh. Ich hab bei dir Lohnstartung. Naja, stimmt. Mhm. Aber muss deiner sein. Ich hab keinen bei dir. Ich hab den hier jetzt angekoppelt. Das würde sonst nicht funktionieren. Stimmt. Ich muss noch mal Sojabohnen machen, glaub ich, auf der große Acker. Töhm, sieh zu. Brauchst du auch hier. Brauchst du auch hier. Brauchst du auch hier. Brauchst du nach, gell? Ja. Wundert mich auch, dass er da noch nicht da ist heute. Wer? Tim. Na ja. Oje, der. Mh. Mein Gott, was leckten hat jetzt hier so rum andauernde. Hey. Ah. Hat hochladet. Ach so, weil du hat hochladet. Die Mods, ne? Die Mods. Na, ich hab die schon rausgelaschen und Discord, ne? Ja, ja. Ja, ja. In jedem hätte es eigentlich lassen können. Na, ist egal. Jetzt machst du eh alle zusammen, oder? Ja, ich hab's jetzt gemacht, weil ich sie sehen hab. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Aber gellektet ja nicht andauernd, wenn du was hochladest, ne? Na, das ist bei uns so. Ja, der innenlinke ist jetzt schon fertig. Hm. Müsste anregen die Uhrzeit fertig sein. Das ist wenigstens die Breite. Ja, macht ein bisschen mehr Spaß, ne? Ja. Ja. Du-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Mein Gott. nicht der herausforderung rückwärts zu fahren mit seinem flug jetzt kurz mal leckt alle zwei meter naja musik kurz durch junge danke